Ja, hallo und herzlich willkommen, Freundinnen und Freundinnen. Mein Name ist Christophon und dies ist ein neuer Vlog-Eintrag rund um das Spiel Forge of Empires. Und in diesem Vlog-Eintrag nehme ich mir immer Themen vor, unter anderem Events, und versuche ein wenig, das noch zu kommentieren, beziehungsweise das beizutragen, was ich vielleicht noch in den anderen Videos vermisse. Naja, ja, kann man so sagen. Okay, gut, heute soll es sich um das, wie schon die Überschrift verrät, und weshalb ihr das wahrscheinlich angeklickt habt, um das St. Patrick's Day Event gehen. Ihr seht, das Event startet hier aktuell einen Tag und 15 Stunden. Und das wurde denjenigen, die das letzte Event durchgespielt haben, auch in der Event-Überraschungskiste im Grunde genommen verraten, was dieses Mal ja eine Neuerung ist. Und in dieser Event-Überraschungskiste gibt es neben Forge-Punkten und, ich glaube, noch ein bisschen anderen Kram, auch ein Upgrade-Kit für das Event-Gebäude. Dabei möchte ich vielleicht vorweg sagen, dass zurzeit es ein wenig rumort, dass angeblich, wenn man die Kiste gleich am ersten Tag öffnet, dort sich eine Stufe 1 des neuen Event-Gebäudes des Druiden-Tempels befinden würde und man die Kiste also erst öffnen darf, wenn man den Druiden-Tempel aufbaut, also die Stufe 1 stehen hat. Ansonsten, naja, wie gesagt, Zockit hat gesagt, das ist nur ein Mythos. Ich hoffe mal, dass er damit Recht hat, beziehungsweise ich werde es einfach so machen, dass ich die Kiste erst öffne, wenn ich den Druiden-Tempel aufbaue. Und bei mir ist es glücklicherweise auch so, dass er hier neben dem letztjährigen keltischen Wald auch seinen Platz finden wird, nämlich an dieser Stelle passt sich also optisch gut an. Also mein keltischer Wald wird optisch ein wenig größer, aber zum Druiden-Tempel später noch ein wenig mehr. Letztes Jahr war das Event neu und man hat am Anfang noch viel spekuliert und herumgerätselt und es gab dann einige Strategien und ich habe auch ein paar Fehler gemacht am Anfang, die konnte ich dann zwar noch mit Diamanten mehr oder weniger korrigieren, aber ich habe mir gedacht, ich mache deshalb jetzt dieses Video vorher, damit ihr am Anfang, wenn das Event bei euch startet, eben diese Fehler nicht auch macht und dann, ja, also darauf möchte ich in der Strategie ein wenig eingehen und euch halt ein wenig davon erzählen, was so kleine Fehlerquellen dieses Events sind, denn das Event, muss man dazu sagen, hat so seine Tücken. Ich meine, bei normalen Events hat man im Grunde genommen keine Fehlerquellen. Hier Fehler in dem Sinne ja auch nicht. Fehler bedeutet eigentlich nur, dass man das Eventgebäude möglicherweise nicht voll ausgebaut bekommt, und was auch passiert, wenn man, also was wahrscheinlich weniger schlimm ist, wenn man das Event spielt, beziehungsweise wenn man jetzt die Kiste hat, so wie wir, dann ist das vielleicht dieses Mal nicht ganz so tragisch. Das letzte Mal war es halt so, okay, es wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn man einen dieser Teile nicht auf Stufe 2 gebracht hätte, aber dieses Mal wäre es halt schon so, dass einem ein Teil verloren geht. Und wenn ihr das Forge Bowl Event nicht gespielt habt, dann fehlt euch ja auch die Kiste, und dann ist es für euch nicht unmöglich, das Gebäude vollkommen zu kriegen, aber etwas schwieriger als diejenigen, die auch das Forge Bowl Event gespielt haben. Da sage ich gleich dazu, es lohnt sich also auch dieses Event zu spielen, wenn man im nächsten Event, also im Frühlingsevent, dann dort die Kiste haben möchte, denn es gibt auch wieder solch eine Überraschungsbox für das nächste Event, und vor allem ist es ein guter Anzeiger, wann das nächste Event startet. Das finde ich auch nicht schlecht. Da hat man immer einen guten Überblick. Wann geht es denn nun los? Aha, okay, die Kiste zeigt es an. Vielleicht hat FOE damit die ganzen Fragen, die sie immer bekommen, wann startet das Event und bla bla bla, damit im Grunde genommen die Sache dann auch zukünftig immer schon beantwortet. Ist ja auch nicht schlecht. Wobei sie sich dann vielleicht auch unter Druck setzen, genau an dem Tag auch starten zu müssen. Man weiß es nicht. Na gut, so sieht es aus. Ob sich das mit den Kisten dauerhaft durchsetzt, werden wir sehen. Zumindest hat man auch dieses Mal wieder die Chance, eine Kiste zu bekommen. Weil das Event jetzt also nicht ist, muss ich euch das Ganze ein wenig erklären, und zwar hier dran, und dazu gehen wir mal auf die englische Wikipedia-Seite des Forge Boats Events, die ist auch hier drunter, äh, St. Patrick's Day Events, die ist auch hier drunter verlinkt, und ich werde euch anhand dieser Seite einige Sachen erzählen. Hier sind so die bisschen, die wieder die Icons aufgeführt werden erzählt. Hier seht ihr, wenn ihr die Quests erfüllt, bekommt ihr innerhalb der Quests nach fünf Quests den Druiden-Tempel Stufe 1, zwei Upgrade-Kits immer nach den jeweiligen Quests bei 56 dann, also bei 35 und 56, und nach 20 und 45 Quests bekommt ihr Goldtöpfe. Was ist mit den Goldtöpfen? Auf sicherheit zeige ich euch noch, denn Goldtöpfe sind bei diesem Event im Gegensatz zu anderen Events zwar eure Event-Währung, mit denen ihr in dem Event spielt, aber ihr könnt sie nicht 1 zu 1 zunächst in Preise umsetzen, das heißt, nicht wie beim Football-Event, man hat dann die Footballs und dann werden Kisten geöffnet. Hier muss man vorher eine Stadt durchspielen, nicht Trumps Stadt, sondern diese hier. Wenn man in das Event hineingeht, wird sich dieses Minispiel öffnen und das ist so ein Grinding-Spiel, sage ich mal so. Das ist dann auch ein bisschen animiert und dieses Minispiel, ich meine von Zockit und Co., die Videos haben euch das wahrscheinlich schon erzählt. Ich erzähle es jetzt aber nochmal der Vollständigkeit halber. Vielleicht haben die anderen was übersehen. Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube, die Videos waren ganz gut, aber vor allem muss ich sagen, ist es so, ich habe das letztes Jahr, als ich das Event das erste Mal gespielt habe, das war schon der erste Moment, ich habe mir vorher die Videos angeguckt und ich habe gedacht so, hä, was soll man da machen? Aber nach 5 Minuten Spielen wusste ich, wie das Spiel funktioniert. Im Grunde genommen habt ihr hier auf der Seite euer Lager, das ist dieser Bereich hier. Dann habt ihr auf der Seite hier verschiedene Sachen und das ist sozusagen hier eure Stadt und zwischen diesen Sachen hier und dem Lager pendelt in der Mitte immer ein Schiff hin und her, das ist dann dieses hier. Wenn ihr die Stadt fertig habt, das sind 9,8 Milliarden, Billiarden, Kleeblätter, die eure Spielwährung sind sozusagen, also Minispielwährung, fertig habt, könnt ihr die Stadt abschließen und eine neue anfangen. Das heißt, ihr spielt das hier nicht einmal durch, sondern mehrfach das Spiel, das ist schon mal wichtig auch zu wissen und die meisten wollen dann auch die Stadt eben schnellstmöglich abschließen und auch wenn das am Anfang mit den Kleeblättern sehr viel klingt, wenn ihr eure Stadt relativ gut ausgebaut habt, dauert das meist dann noch am Ende irgendwie sowas um die 8 Stunden und dann habt ihr auch die entsprechenden Kleeblätter zusammen, wenn eure Stadt schon ein gewisses ausgebautes Niveau hat. Also die Stadt wird immer, immer besser. Also hier, nun ja, ihr fangt mit dem ersten kleinen Ding hier an, diesem hier und ja, ich glaube dem hier oben, dieser Kleeblattfabrik, wie auch immer und die produziert Kleeblätter, dann lauft ihr mit dem Schiff, dann das Schiff sammelt die hier vorne ein, das hat nur eine gewisse, also die werden dorthin gebracht, da seht ihr hier auch kleine Punkte laufen, das Schiff sammelt die hier ein, das hat nur eine gewisse Tragekapazität, fährt die, die es eingesammelt hat, hier rüber und hier drüben werden die dann verarbeitet und werden dann eurem Kleeblattkonto gut geschrieben. Hier seht ihr auch das Goldtöpfekonto, da komme ich dann später dazu, was das also zur Verfügung hat. Hier könnt ihr den Maximalknopf drücken, da komme ich dann auch gleich nochmal dazu, wie dem auch sei. Erst einmal bringt das Schiff das hier rüber und ihr seht hier immer diesen grünen, also dieses, dieser grüne Balken hier, der füllt sich dann und wenn er voll ist, dann wird das sozusagen nach dort verschoben. Beim Schiff ist es sozusagen hier das grüne und hier ist es genauso, ihr seht, hier ist der schon so weit vorangekommen und dann ist er irgendwann fertig. Wenn der, dann habt ihr hier daneben diese kleinen Bildchen, da ist bei euch am Anfang leer, das sind nämlich die Manager des Ganzen, denn solange ihr dort keinen Manager habt, müsst ihr das immer per Hand drücken, also per Hand starten. Die Manager kosten am Anfang nicht viel und zwar kommt hier dann jetzt eben der Punkt dazu, um Manager einzusetzen, müsst ihr Goldtöpfe ausgeben, hier kommt also die aus den Quests gewonnene Eventwährung dazu und dann müsst ihr sozusagen für diese Goldtöpfe Manager kaufen und dann machen die das automatisch, also einmal fürs Schiff, einmal hierfür und dann auch für diese Dinger und dann könnt ihr hier sozusagen rumlaufen mit den Kleeblättern, die ihr habt, könnt ihr weiter rum, dann die Sachen, die hier sind, verbessern, unter anderem könnt ihr dann die zweite Fabrik irgendwann kaufen, die kostet irgendwie ein paar tausend Kleeblätter, also die überhaupt zu starten und so weiter und so fort und dann haben die alle, erstmal fangen sie alle beim Wert 1 an und dann könnt ihr das steigern, das Schiff bekommt, wenn ihr das hier steigert, mehr Kapazität, der hier hat von den hier im Lager befindlichen Kleeblättern kann der mehr verarbeiten und eurem Konto zuschieben und die hier produzieren von Hause aus mehr Kleeblätter. Es gibt dann hier immer gewisse Verbesserungsstufen, bei denen die dann noch Sprünge machen, das guckt ihr euch bei Zockit an beziehungsweise das lernt man dann eben relativ zügig, man muss also Schiff, diesen Manager und diese Manager hier aufbauen und das erste, was sich lohnt, muss ich schon mal sagen, ist so zügig wie möglich hier die letzte Fabrik zu starten und auch immer überall einen Manager mindestens der Stufe 1 einzusetzen. Die Manager gehen bis Stufe 5 und hier mein erster Tipp an euch, Zockit hat ein Strategie-Video gemacht, klickt das an, dort stehen drunter, bis zu welchem Stufe man die Manager dann konkret ausbauen sollte, denn je höher der Manager ist, desto mehr produzieren die zwar, das Problem bei den Managern ist dann nur, die kosten dementsprechend Goldtöpfe, ja, also ihr werdet sozusagen da relativ viele Goldtöpfe dann für den Manager der Stufe 5 ausgeben und ich sage es gleich dazu, wenn ihr eure Stadt am Ende fertig habt, sind alle Manager und alles, was ihr da in dieser einen Stadt ausgegeben habt, futsch. Und hier ist eben das Problem, man hat nur eine gewisse Anzahl an Goldtöpfen und die muss man auf die Städte aufteilen, damit man mehrere Durchläufe eben gut schafft, sonst seid ihr bei einem Durchlauf, ihr habt keine Goldtöpfe mehr und ihr könnt dann also keine Manager kaufen, seid also mit euren Goldtöpfen lieber sparsam, ihr könnt auch hier, was hier mit der 4 beschrieben ist, Zeitvorsprung machen, auch, das kostet auch Goldtöpfe, wenn ihr das macht, werden sozusagen wie 8 Stunden vorgespult und dann passiert das, was hier in 8 Stunden passiert. Das ist für die Diamant Premium-Spieler, die es eilig haben und sich das Gebäude möglicherweise zweimal hinstellen können, weil ihr könnt ja Goldtöpfe dann, Goldtöpfe via Diamanten kaufen, euch würde ich raten, lasst die Finger von diesem Ding, das ist nicht so gesund, also ihr lasst das Ding weg, denn, und hier kommen wir schon zu meinem ersten Fehler, das sage ich gleich dazu, ich habe am Anfang die Stadt ganz schnell gespielt, also am Anfang, wenn ihr startet, braucht ihr, bevor die Stadt halbwegs stabil läuft, sowas zwischen einer halben und einer Stunde, dann habt ihr sozusagen die Stadt hier relativ gut am Laufen und danach braucht da nur noch alle paar Stunden mal reinkommen und das Ganze machen, also Kleeblätter ausgeben, die Dinger hier erhöhen und immer so weiter und so fort, also ja, das Ganze immer ein bisschen upgraden und dann solche Sachen und hierbei sozusagen, also das Ganze mal machen, aber am Anfang, wenn ihr eine neue Stadt startet, wird das ungefähr eine halbe Stunde bis eine Stunde wahrscheinlich etwa brauchen, bis ihr euch am Anfang die Stadt zum Laufen bekommen habt, also da müsstet ihr an den Tagen zumindest eine Stunde einplanen, das zu machen und wenn ihr da schon sehr übermotiviert seid, was ich am Anfang war, habe ich nämlich in meiner ersten Stadt alle Manager auf Maximum ausgebaut, ich war nach 24 Stunden mit der Stadt fertig, hatte aber für die zweite Stadt keine Goldtöpfe mehr. Ja, hier gibt, glaube ich, Zocke den Tipp, mehr oder weniger zu sagen, okay, nee, ich glaube, nein, FOE-Tipps war das, der gesagt hat, habt immer genug Goldtöpfe im Kessel und beendet eure Stadt erst, wenn ihr für die nächste Stadt genug Goldtöpfe habt, das sehe ich jetzt nicht ganz so, ihr könnt die nächste Stadt schon anfangen, was soll der Geiz, wenn euch die Goldtöpfe fehlen, denn wenn ihr die alte Stadt fertig habt, könnt ihr die abschließen. Einzige Ding ist, und da kommen wir wieder zu der Strategie, die Zocke vorgestellt hat, die ja von FOE-Tipps wiederum übernommen hat, der es wiederum aus dem FOE-Forum übernommen hat, wie es so ist, also jetzt haben wir die Zitationsreihenfolge, die Quellenforschung fertig, denn im Forum hatte das jemand aufgestellt, es ist günstig, wenn ihr eine Stadt abschließt, dort 1900 Goldtöpfe zu haben, damit ihr am Ende einer Stadt, wenn die nämlich fertig ist, Kisten öffnen könnt. Da erzähle ich dann gleich noch was dazu. Ich hoffe, das Prinzip ist euch hier erstmal jetzt geläufig, wie das ungefähr funktioniert. auch eben deswegen, ja, ihr werdet also eher an den Punkt kommen, dass ihr keine Goldtöpfe mehr habt, weil ihr alle Quests durch habt, ihr seid bei den Tagesquests, ihr bekommt, müsst jetzt also wieder warten, bis sich euer Goldtopflager täglich dann langsam füllt und deshalb ist es am Anfang sehr merkwürdig, aber spielt das Event am Anfang gechillt, langsam. Also, ihr müsst die erste, ihr habt Pro statt, ihr müsst, wenn ihr das Event, wenn ihr die Box habt, also ich rede jetzt erst, wenn ihr die Box nicht habt, müsst ihr die fünf Städte komplett durchspielen, ja, ansonsten wird es ein bisschen einfacher, das sage ich dann gleich noch dazu, ihr müsst dann fünf Städte komplett durchspielen, das sind bei 21 Tagen 4,2 Tage und das heißt auch, bei der ersten Stadt solltet ihr in der ersten Stadt wirklich, also ich sage es mal so, wenn ihr für die erste Stadt sechs Tage braucht, ist das nicht so schlimm, das holt man am Ende eher rein, als dass man in der ersten Stadt nach einem Tag fertig ist und dann, und für die sozusagen zu viele Goldtöpfe ausgegeben hat und genau an der Stelle musste ich dann Diamanten ausgeben, weil es am Ende nicht mehr gereicht hätte, die letzte Stadt letztes Mal abzuschließen, weil ich in der ersten Stadt alle Manager auf Stufe 5 gebracht habe und dadurch waren meine Goldtöpfe alle und zu wenig. Wenn ihr also die Strategie, die Fünf-Stadt-Strategie mit dem Öffnen der Truhen durchziehen wollt, die ich favorisiere, die Zockit im Genauen in seinem Video vorstellt, ich weiß jetzt, verweise ich dann auf sein Video, aber ich denke, das habt ihr eher gesehen als meins, dann macht es wirklich nur, er hat drunter die Tabelle stehen, bis zu welchem Punkt man in welcher Stadt die Manager ausbauen sollte und höher solltet ihr nicht gehen. Wenn ihr die Manager ausgebaute habt beziehungsweise hier Dinge erfüllt, gibt es hier drei Quests und das sind immer verschiedene Quests, also die stehen dann auch hier nochmal unten, euch die ganzen Quests vorzulesen bringt nichts, weil die Quests werden eher zufällig gegeben und insgesamt sind das 37 Quests und wenn ihr die 37 Quests für jedes Quest, das ihr hier abschließt, bekommt ihr hier einen von 25 Dingern und wenn ihr die voll habt, kriegt ihr hier einen Preis, von denen sind immer zweimal Preise für eure Stadt, also es sind immer Preise für eure Stadt, aber zweimal irgendwas, wie jetzt hier die Schildwacht und der Wunschbrunnen und dann kommt nach 50, also hier dieser. Ihr müsst insgesamt, wenn ihr die Truhe habt, müsst ihr bei, äh, im Grunde genommen das Ganze nur, ähm, siebenmal durchspielen, ne, wartet, dann müsstet ihr das Ganze nur viermal durchspielen, Entschuldigung, viermal, also es beginnt mit einem Upgrade-Kit, dann zwei Nichtpreise, ein Upgrade-Kit oder Auswahl-Kit hier und das heißt, wenn ihr die Truhe habt, dann braucht ihr sozusagen die Stadt nur viermal durchspielen und wenn ihr die Truhe nicht habt, müsst ihr sie fünfmal durchspielen und bei den fünfmal dann 35 der Quests erfüllen. Insgesamt sind hier 37 mögliche Quests, ihr könnt also zwei Quests, die, bei denen es heißt, der, äh, ihr sollt die Manager auf Stufe 5 bringen, die könnt ihr weglassen. Es ist sogar fast günstiger zu sagen, ihr macht nur 35 und solltet ihr das Pech haben, dass hier dann irgendwie das nicht so gut läuft, dann macht die Stadt fertig, dann fangt ihr zur Not am Ende eine sechste Stadt an, wenn es nur noch darum geht, ja, also wenn es nur noch darum geht, hier ein paar Quests abzuschließen, weil die ersten 20 Quests gehen leichter als die letzten 15, das ist nun mal so und deswegen könnt ihr auch fünf Städte starten und dann mit der sechsten noch ein bisschen auffüllen, also haltet euch nicht stupide, ich muss 35 Quests starten, wenn ihr nur 33 schafft, ist das auch nicht so schlimm, das kriegt man gut hin, oder 38 Quests sind, man muss nicht alle erfüllen. Äh, 35 sind so ungefähr der Schnitt, das sind bei fünf Stück nämlich 175 und 175 durch 25 wären wiederum sieben Preise, die ihr hier insgesamt bekommt, das heißt 1, 2, 3, 4, das ist dann das vierte, 5, 6 und die sieben, dann würdet ihr drei Upgrade-Kits bekommen und die würden reichen, das Hauptgebäude auszubauen. Jetzt werdet ihr sagen, das Hauptgebäude, Moment mal, das hat doch neun, das hat doch mehr Stufen als nur das, ich glaube 10, ja, es hat doch 10 Stufen und wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, dann bekomme ich also hier raus drei, ja, nehmen wir mal an, oder zwei hier raus plus die Kiste, das sind dann drei, drei aus der Hauptquest, woher bekomme ich denn die anderen vier Stufen? Und genau dafür sind die 1900 Goldtöpfe eben wichtig, denn am Ende, wenn ihr eine Stadt abgeschlossen habt, kommt es dazu, dass man dort Kisten öffnen kann, da scrolle ich mal hier runter zum Kisten-Bildschirm, hier stehen auch nochmal die Quests, es sind so, ja, 38 Quests, die eher zufällig dann zusammen gewürfelt werden, genau, steht hier First, Second, Third Town und so, das steht dann halt hier so ein bisschen da, ähm, ihr bekommt immer, wenn ihr eine dieser Dinger da abschließt, bekommt ihr hier, also eine der Aufgaben abschließt, bekommt ihr noch irgendwas aus dieser Richtung, 10 Fortsprungte sind ganz nett zu haben, für manche vielleicht auch die Einheiten in den Agenten, paar Güter, auch nicht schlecht, also das kann man eben im Grunde genommen auch alles mitnehmen, das ist vielleicht nicht schlecht, hier ist nochmal der Überblick, ja, Tempel-Upgrade, 50 Fortsprungte, Schreien zwischendens, bla bla bla, aber am Ende steht ihr vor den Kisten, wenn ihr eine Stadt abgeschlossen habt, eine Kiste könnt ihr kostenfrei öffnen, ab der zweiten Kiste kostet das Goldtöpfe, wenn ihr alle sechs Kisten geöffnet habt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, das sind sechsmal irgendwelchen Kram, den man in der Regel nicht braucht, dann bekommt ihr zusätzlich ein Druiden-Tempel-Kit und das sind die letzten vier, wenn ihr also vier Städte abschließt, ja, die fünfte müsst ihr dann nicht mal mehr abschließen, aber wenn ihr vier Städte abschließt, bekommt ihr für diese vier Städte dann jeweils noch am Ende einen Druiden-Tempel und damit habt ihr dann alle zehn Teile zusammen, die man für den Druiden-Tempel braucht, ja, hier steht auch, hier seht ihr nochmal, ihr könnt die auch, wenn ihr die sechs fertig habt, dann könnt ihr nochmal sechs öffnen, nochmal sechs öffnen, kostet halt immer wieder Dings, wenn ihr das machen wollt und ihr wollt dafür unsterblich viele Diamanten ausgeben, sage ich euch noch eins dazu, wenn man hier drin ist, kann man, ich weiß nicht, ob sie es dieses Jahr geändert haben, aber man konnte hier beim Kisten öffnen keine Goldtöpfe holen, das war irgendwie ein bisschen blöd, man war dann drin, wollte dann Goldtöpfe holen, um das halt zu kaufen, das ging aber letztes Jahr nicht, vielleicht haben sie das dieses Jahr geändert, ich weiß es nicht, oder ich war letztes Jahr zu komisch, dass ich das nicht geschafft habe, wenn ihr das hier also zusammenrechnet, die 50, 100, 250, 500, dann seid ihr insgesamt bei 1900 Goldtöpfe, um Box 2 bis 6 zu öffnen und ihr müsst auch alle 6 öffnen, also die 1900 Goldtöpfe ausgeben, um eben dieses zusätzliche Kit zu erhalten, das, damit schafft ihr es sozusagen auch das Kit zu bekommen. Also, da wisst ihr jetzt also ungefähr, warum man das Ganze so spielt, 8,4 Quadrillionen braucht ihr, um das Ganze abzuschließen, aber das ist eigentlich kein Problem und ihr wisst auch, also, ja, nochmal hier drauf gehend auf das Originalbild, ähm, hier seht ihr sozusagen, ähm, ja, also auf das Originalbild, hier stehen immer Quests, drei Stück, habt ihr eben, könnt ihr ausklappen und euch auch angucken, was die sind, äh, und dann, wenn ihr 25 Quests erfüllt habt, bekommt ihr hier halt diesen Preis. Den Rest werdet ihr, glaube ich, selbst erfahren. Wichtig ist, für diejenigen, die, ähm, die, ähm, die Kiste haben, die brauchen im Grunde genommen nur 100 Quests erfüllen, bei denen reicht es also auch zu, wenn sie pro Stadt nur 25 Quests erfüllen, theoretisch gesehen. Außer, ihr könnt natürlich auch wie die anderen spielen, nehmt noch die ganzen Preise mit, nehmt schon mal ein Druiden-Tempel-Kit mit und habt dann möglicherweise noch ein Kit Reserve, also eins, das man noch gebrauchen kann, äh, vielleicht beim nächsten Mal oder ihr könnt es im Antiquitätenhändler verkaufen oder vielleicht kommen da ja noch irgendwann neue Kits und ihr könnt weitere Druiden-Tempel bekommen, das ist ja dann euch, könnt ihr ja dann machen, wie ihr wollt. Also ich glaube, ich werde es nach Standard spielen und hoffentlich, die, also ich werde versuchen, die 175, ähm, hier Quests zu erfüllen, damit ich halt wegen mir noch ein Kit und noch zwei Preise mehr bekomme. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ja, wenn man sich das Ganze anschaut, also kann man, können wir jetzt auch nochmal hier runtergehen, ihr seht ja, hier die Schildwacht, die kommt ja hier hinten, also Druiden-Tempel, ne, theoretisch Fortsprung, Fortsprung, Druiden-Tempel, Schildwacht, Wunschbrunn-Team, und auf die bin ich natürlich auch ein bisschen scharf. Es lohnt sich also auch noch ein bisschen, also bis hierhin zu spielen, ja, also nicht nur bis Preis 4, danach kommt ja zum Beispiel, kommt ja glücklicherweise nochmal die Schildwacht, danach kommt der Wunschbrunn, wäre interessant für Nebenstädte, in denen spiele ich das Event definitiv nicht, ist mir zu aufwendig und, ähm, der Wunschbrunn ist ja aber, äh, kann man ja auch gut dem Antiquitätenhändler verkaufen, äh, bringt ja da auch nochmal einiges. Also, ich würde wenigstens versuchen, hundertfünfundzwanzig Quests insgesamt an eurer Stelle zu erfüllen. Mit dem Kid-Quest-Ding ist es halt wesentlich entspannter, muss man einfach so sagen. Ohne geht es aber auch, wenn ihr eben von Zocke die zweite Strategie beherzigt, ähm, das heißt, die sieben Städte durchspielen, ich hab das Video auch drunter verlinkt, und so wie er das drunter da anzeigt, dann sozusagen, die Manager nicht weiter auszubauen. Ihr könnt bei den Managern das natürlich so machen, dass ihr am Anfang gleich auf den Maximalwert bringt, den er da sagt, ähm, ich glaube, das ist im Schnitt sowas um die Stufe 3, also auf Stufe 3 könnt ihr, glaube ich, wenn ihr alle Manager auf Stufe 3 macht, glaube ich, macht ihr im Grunde genommen nichts falsch. Ich glaube, manch einen kann man noch auf Stufe 4 bringen, ich weiß es nicht, aber zumindest werde ich mir auch diese Liste einfach daneben legen und dann immer schauen und dann die Manager entsprechend ausbauen und, ähm, die, äh, halt pro Stadt, also das hat der pro Stadt gemacht, kann man sich die Liste mehr oder weniger anschauen. Das ist, also die Strategie ist wirklich gut. Wie gesagt, mein Fehler war es, am Anfang zu schnell zu viel zu wollen, wie gewohnt in dem Spiel, Geschwindigkeit ist alles, und dann, äh, in Goldtöpfen leerzuwerfen und die Goldtöpfe eben für sinnlose Manager-Upgrades, äh, mehr oder weniger, oder anderen Schnodder freizugeben, diese, mich hat das Spiel genervt und ich hab mich dann erst im Forum informiert und ich glaube auch von FOE-Tipps, das Video kam später oder ich hab's nicht gesehen zu dieser Strategie, ich weiß es nicht mehr, ich weiß zumindest, dass die Strategie erst, dass ich die erst später auch im Forum gelesen habe und, also in einem amerikanischen Forum, glaub ich sogar, damals noch, also im englischen Forum und, ja, mich hat das Event dahingehend genervt, auch mit diesem, dass man hier halt dieses Ding spielen muss, also ich bin kein großer Fan dieses Events, aber gut, die anderen mögen es, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das Event findet. Ich möchte jetzt noch ein bisschen gucken, lohnt sich denn der Druiden-Tempel überhaupt? Ansonsten gibt es in dem Event preistechnisch und auch questtechnisch eigentlich nichts spektakuläres, guckt euch mein Quest-Video, also zur Quest-Erfüllung für Events an, da sind so die Standards auch beschrieben, wie man das Ganze machen kann, da kann ich jetzt immer auf dieses Video verweisen und, ähm, ja, dann kommt ja da klar, Frage ist ja noch, lohnt sich hier der Druiden-Tempel? Nee, das ist schon richtig, äh, genau, lohnt sich der Druiden-Tempel und deshalb gucken wir uns den nochmal an, hier ist der Druiden-Tempel, bup, 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 so sieht er dann aus, wird sich also wunderschön in, bisschen grischlich, das liegt nicht an mir, das liegt jetzt hier an dem Bild, ähm, wird sich wunderschön noch zu meinem keltischen Wald gesellen und, wie gesagt, man kann ihn oben auf 10 Stufen, äh, upgraden mit dem entsprechenden Upgrade-Kit und, man bekommt ihn dann auf Stufe 10. Ich denke mal, die Stufen davor müssen wir jetzt nicht großartig umgehen, wir gehen mal einfach alle davon aus, dass ihr ihn alle auf Stufe 10 bringt, hier sind noch die Bildchen und, der Druiden-Tempel, ich sag's gleich dazu, er ist der kleine Bruder, mehr oder weniger, er ist auch kleiner, als der, ähm, ups, er ist der kleine Bruder des, äh, des Leuchtturms, also, ähm, aus dem Sommer-Event, denn er produziert zwar keine, ähm, er produziert keine Diamanten, aber irgendwelche anderen zusätzlich und da ist er als kleiner Bruder manchmal ein bisschen stärker. Vielleicht noch zur Ausdehnung, er hat eine 5x4 Ausdehnung, ist also, ja, ganz, hat insgesamt 20 Felder und das ist vielleicht wichtig, standardmäßig bringt er euch zeitalterabhängig Einwohner und, Münzen, er bringt euch standardmäßig, äh, 20 Güter, das wechselt auch nicht im, das ist nicht zeitalterabhängig, aber, also, die Zahl 20, aber er bringt entsprechend die Güter des Zeitalters, indem ihr ihn aufgestellt habt, also ihr müsst ihn sozusagen upgraden, genau mit den Gütern hier hinten, das sage ich dann dort nicht mal mehr dazu und zeitalterabhängig bringt er noch Stadtverteidigung für die angreifende Armee und wenn ihr im letzten Zeitalter sind, bis zu 28%, schon allein dafür lohnt er sich eigentlich, aber er hat noch hier hinten eine Option, die noch dazu kommt, also zu dem, was fest ist, den 20 Gütern, den Verteidigung, Münzen und Einwohnern, hat er noch so einen Random-Effekt, also sozusagen ein Zufallseffekt, bei dem eine der vier Sachen kommt, Forge-Punkte, Güter, Medaillen und Vorräte, Medaillen und Vorräte betrachte ich jetzt erstmal nicht mehr, also, da könnt ihr euch das für euer, die 20% sind für mich im Grunde genommen sowas, wo ich sage, Applaus, Applaus, also wenn das kommt, werde ich nicht ganz so froh sein, okay, sie sind am Ende immer noch, sie sind nicht wenig, sage ich mal so, also nicht wenig, Medaillen und Vorräte, also wenn man sich die Zahlen anguckt, hier ist es schon nicht schlecht und ich glaube selbst für mich, ich werde mich über die Vorräte freuen, weil ich immer weniger Gebäude in meiner Stadt stehen habe, die Vorräte produzieren, bis auf die Bokimeji und dadurch wird meine Vorratsproduktion eigentlich immer geringer, wenn ich Gebäude herausnehme, die Vorräte produzieren und das ist, ja, ist dann halt so, also von daher steigert das sozusagen auch meine Vorratsproduktion, ist ja auch nicht schlecht. Interessant sind diese beiden Werte, also jeweils 40% und jeweils 25. Ihr bekommt also zu 40%, fast die Hälfte, 25 Forgepunkte. Wenn man jetzt den Schnitt ausrechnet, also 0,4 für 40% mal 25, macht der Druidentempel auf 20 Feldern im Schnitt 10 Forgepunkte, macht einen Reingewinn von 0,5, hat also den gleichen Wert wie der Schrein des Wissens, Stufe 2, hat ja, also 10 Forgepunkte auf 20 Felder, hat also damit einen soliden durchschnittlichen Wert, hat natürlich den Vorteil, ihr braucht nur zwei Straßenanschlüsse für den, also ihr müsstet dann sozusagen auf 22 Felder rechnen, das habe ich komischerweise erst jetzt gemerkt, dass ich das jetzt noch nicht ausgerechnet habe, aber während ich hier Palawa lasse, werfe ich mal nebenher den Taschenrechner an, also 10 durch 22, muss man ja so rechnen, nicht 10, 22 durch 10, das wäre leichter, 0,454545 also 0,455 sagen wir es so, also hier 6 Forgepunkte pro Feld, wenn man jetzt mal großzügig aufrundet, die er bringt und damit ist er besser als Schrein des Wissens Stufe 2, der ja nur, wenn man die Straße dazu rechnet, ein 0,4er ist, also ihr könntet theoretisch für den also 5 Schreine des Wissens Stufe 2 abreißen und würdet mit dem hier besser fahren als mit den Schreinen des Wissens, abgesehen davon würdet ihr auch noch Straßen sparen, also mehr oder weniger, also besser weniger, ihr würdet halt darüber Straßen sparen. Das gleiche gilt für die Güter, also auch noch 10, das bedeutet, er produziert 30 Güter und das ist schon, finde ich, gar nicht so unerheblich, finde ich gar nicht so schlecht, dass er im Schnitt, im Schnitt, wie gesagt, also zu den 20, also noch, die er ja standardmäßig produziert, nochmal 10 dazu, also im Schnitt 30 Güter, das finde ich, ist für ein, ich glaube, damit ist er, soweit ich mich jetzt entsinne, aber haut mich nicht, weil ich nicht immer nach den Gütern ausscheute, ich glaube, die Villa des Gouverneurs produziert 40, kann das sein? Und als Eventgebäude, und ich rede jetzt bewusst von Eventgebäuden, wir lassen also den Rest raus, ist er einer der besten Güterproduzenten auch und jetzt kommen wir eben wieder ein wenig dazu, mit den 25 Forgepunkten für all diejenigen, die den regelmäßig einsammeln und die blaue Galaxie nutzen, also diejenigen, die mittlerweile kapiert haben, wie man den vielleicht mit der blauen Galaxie benutzen kann, ist er sogar besser, als wenn er die 25 Forgepunkte bringt, weil er ja 5 mehr bringt, als der Leuchtturm, also der Sommerleuchtturm, das Krähennest ursprünglich, ich weiß gar nicht, Krowsnest, ja, Leuchtturm, ist er sogar besser, weil er eben 5 Forgepunkte mehr hat und damit eher die Chance, gegenüber dem Leuchtturm noch diese Forgepunkte hinzuzuproduzieren. Blöd, wenn er keine produziert, verdoppelt sich halt das andere. Also, vielleicht dahingehend müsste er halt schauen. Aber er ist natürlich schlechter, als der Leuchtturm, wenn man jetzt rein, faktisch das entscheidet. Aber wenn man die Chance hat, die 25 Forgepunkte zu verdoppeln, ist er sogar besser, als der Leuchtturm. Also, ich finde, es ist ein Gebäude, das sich definitiv lohnt und das auch in meiner Stadt seinen Platz finden wird. Vor allem auch, weil er nebst guter Forgepunkteleistung, guten, also ich finde, ich weiß immer nicht, ob wo das Gemecker vielleicht herkommt, aber ich finde, wenn man hier die Zahlen herunterbricht, also mit Durchschnitten rechnet, dann ist er einfach im Laufe der Zeit wirklich gut. 30 Güter, ja, Verteidigungskraft für die Angreifende Armee und noch 10 Forgepunkte. Ich meine, was will man mehr? Er gehört, in meinen Augen, mit zu den besseren Gebäuden. Also, wenn ich könnte, würde ich dafür die Winterbäckereien alle abreißen und mir nur das Ding hinstellen. Mir würden auch noch andere Sachen einfallen, die man abreißen könnte und dazu gehe ich zum Beispiel mal in meine Stadt, wenn ihr jetzt sagt, okay, also, bei uns in der Gilde gab es auch einen, war es ein doofes Gebäude und dann guckte ich in seine Stadt und dachte, hier, du hast die Weltausstellung stehen, die bringt 10 Güter und 10 Forgepunkte. Wenn er das Ding hinstellt, kriegt er erstmal den Verteidigungsbonus für die Angreifende Armee, er bekommt 20 Güter mehr und also im Schnitt 20 Güter mehr und auf 365 Tage im Jahr kann ich euch versichern, kommt der Schnitt schon hin. Also, vielleicht nicht jeden Tag, aber das ist dann halt so. Im Schnitt bringt er also 20 Güter mehr, mehr Angriffskraft, Verteidigungskraft für die Angreifende Armee und noch vier Felder weniger. Also, ihr könntet locker die Weltausstellung abreißen. Ich würde für das Ding, wenn es den nicht, wie in diesem Event hier gäbe, also, wenn man ihn sich wie in einem regulären Event durch Diamantenausgabe direkt kaufen könnte und ich dafür keine komischen Städte durchspielen müsste, ja, also, wenn es nicht dieses Format wäre, muss ich ganz ehrlich gestehen, würde ich für das Ding Diamanten ausgeben. Also, ich würde mir das Ding insgesamt dreimal in meine Stadt stellen und jedes der Teile hier abreißen. Er ist sozusagen die kleine Schwester der Kunstausstellung. Eigentlich ist er besser als die Kunstausstellung, ja. Bei der Kunstausstellung schreien alle, wow, 25 Güter, er bringt fünf Güter mehr. Ja, er verbraucht vier Felder mehr Platz, aber für die vier Felder bringt er eben Verteidigungskraft der Angreifende Armee mit. Wenn ich da jetzt nochmal Schildwachten drauf rechne, das heißt, wenn ich für vier Felder Schildwachten drauf rechne, ist das ein Maximum von vier mal vier, 16 Prozent Verteidigungskraft. Das bedeutet, er hat mehr Verteidigungskraft als mit Schildwachten und Kunstausstellungen möglich ist. Das heißt, anstatt Kunstausstellungen, anstatt Weltausstellungen würde ich mir das Ding hinstellen. Ich weiß, jetzt klinge ich, als hätte FOE mir vor kurzem einen Deal angeboten, dass ich dieses, dass ich jetzt mal ein bisschen das Event promote. Das Event finde ich doof. Aber das Gebäude finde ich super. Es ist kein dämliches Setgebäude. Ich mag Setgebäude nicht. Ich finde das Gebäude einfach nur so. Ich verstehe nicht, warum in meiner Gilde Leute sagen, mit diesen Verteilungen der Chancen. Ich denke so, ja, FOE arbeitet nur mit Verteilungen von Chancen. Und das ist doch, das Gebäude bringt im Schnitt zehn Forgepunkte. Und man freut sich doch auch, geil, er bringt jetzt 25. Also wenn man an dem Tag die 25 kriegt, dann sagt man doch, wow. Und man weiß, im Schnitt bringt er zehn. Das heißt, bei 40 Prozent bringt er einen vier von zehn Tagen oder zwei von fünften. Ja, und in einer regulären Arbeitswoche wird er zweimal 25 Punkte abwerfen. Nur um das nochmal klar zu machen, es ist also nicht alle zehn Tage kannst du dich einmal über so einen Preis freuen, sondern in zwei von fünf Tagen im Schnitt wird man sich darüber freuen können, dass er Fortschpunkte bringt. Und zwar 25 Stück. Und das finde ich persönlich ziemlich gut. Muss ich sagen. Also für Regulars, die die blaue Galaxie haben, würde ich ihn einfach jeden Tag einsammeln. Denn falls ihr, also für gerade Spieler, die gerade angefangen haben, blaue Galaxie aufzulöffeln, finde ich den super. Okay. Genug gehetzt gegenüber den Spielern, die dieses Gebäude nicht gut finden. Wahrscheinlich ist das eher der Anlass, weshalb ich jetzt nochmal so das sagen wollte. Aber ich finde ihn einfach gut. Ich hoffe auch, dass euch mein zur Vorsicht ratendes Spiel, das ist eigentlich meine einzige Message, warum ich das hier vorher mache, ja, seid vorsichtig, haltet an euren Goldtöpfen aus, gebt nicht mehr Goldtöpfe aus als notwendig. Und wenn ihr am Ende 1900 drüber habt, könnt ihr die abschließen, könnt ihr die Links beenden und dann ist die Stadt durch. Ja. Okay. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und unterhalten. Wenn ja, lasst mir ein Like da und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde mich auch das freuen. Wir sehen uns dann nach dem Event oder während des Events, nein, eigentlich wahrscheinlich eher während des Events wieder. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Christon, der jetzt erstmal einen Beruhigungstee trinken muss, weil er sich so in Rage geredet hat, weil ich das Event einfach gut finde. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum Leute in meiner Geschichte schreiben, das ist doof. Naja, okay, es sind vielleicht Leute, die in Mathe lieber an Mädchen gedacht haben als an Zahlen. Okay, bis zum nächsten Mal, euer Christon. Was übrigens auch nicht schlimm ist, also will ich den jetzt nicht vorwerfen. Nicht, dass das jetzt so klingt. Ich hatte nur heute als Lehrer das Problem, dass ein Schüler die ganze Zeit abgelenkt wird, weil er zufällig neben dem Mädel gesessen hat. Ja, und dann, und das, die Konsequenz ist dann, dass man dieses Gebäude nicht versteht. Ja, einmal neben dem Mädchen sitzen, schon weiß man nicht mehr, warum dieses Gebäude gut ist. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Christon.